Also wenn man die Europawahlen nochmal Revue passieren lässt, da hat dieser massive Rechtsruck nicht stattgefunden. Wir haben eine Mitte, die hält, eine zentrale Mitte, die stabil ist, die die Integration voranbringen möchte. Das sind mehr als 450 Abgeordnete, wenn man die Grünen dazurechnet. Was aber einen Unterschied macht, ist was auf nationaler Ebene passiert. Da stehen wir ja auch kurz vor Wahlen und da sieht man sehr wohl in einigen Ländern diesen massiven Rechtsruck, der dann wieder starke Auswirkungen auf die europäische Integration haben könnte.